Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Schön, dass du wieder eingeschlafen hast zu unserer neuen Folge hier in Minecraft. Erinnert ihr euch noch an die Feuerwehrwache von Feuerwehrmann Sam? Damit er natürlich auch zu einem Einsatz kommt, bauen wir ihn heute einen kleinen Wassertanklaster. Da würde ich sagen, schnappen wir uns gleich die Blöcke und fangen mal an. Für unser Feuerwehrauto holen wir uns einfach ein bisschen Schwarzmeton raus, dazu noch ein paar schöne Steinknöpfe, dann holen wir uns steinziegige Stufen raus. Davon die Nähterziegelstufen und Birkenstufen. Dann noch ein bisschen roter Beton, ein Schmelzofen ist dabei, Birkenholztreppen und gelber Beton. Wir beginnen dann erstmal mit den Rädern. Wir setzen erstmal ein Rad, lassen dazu dann zwei Blöcke Platz und setzen nochmal zwei dahinter. Jetzt lassen wir einfach einen Block Platz und setzen das gleiche Spinnen noch einmal. An die Räder könnt ihr jetzt gerne schon einmal unsere Steinknöpfe platzieren. Wenn wir das soweit erledigt haben, nehmen wir jetzt einmal unsere Steinziegelstufen und können die jetzt hier einmal unten an unsere Räder ran platzieren. Dabei wollen wir die jetzt aber nicht vorne einmal überstehen lassen, dafür aber einmal hinten. Auf der Vorderseite setzen wir an den Seiten unsere roten Stufen hin und in der Mitte unsere Birkenstufe. Jetzt könnt ihr einmal euren roten Beton nehmen, den an der Seite hier platzieren. Ganz vorne machen wir einmal unseren Motor rein mit unseren Schmelzöfen. Dann gehen wir einmal zur Seite. Die Räder lassen wir so an sich immer frei und können hier einfach unseren roten Beton einmal auf der Rückseite hinsetzen. Wir können ja auch gleich jetzt zack das einmal so nach oben platzieren. Bei unseren Rädern setzen wir auf der Vorderseite jeweils eine Birkenholztreppe so nach vorne gerichtet einmal hin, dass sie zu uns guckt. Und auf der Rückseite machen wir die einfach so hin, dass sich die zwei Treppen gegenseitig angucken. Wenn wir unsere Treppen soweit platziert haben, können wir jetzt noch den restlichen Bereich hier hinten mit unseren roten Beton einmal ausfüllen. Danach haben wir hier vorne ja noch, sage ich mal, so eine Viererfläche Platz. Da kommt unser Wassertank hin. Dafür nehmen wir jetzt einfach unseren gelben Beton. Soweit wir das haben, geht es weiter, unser Wagen natürlich noch zu verfeinern. Wir holen uns mal ein paar Glasblöcke raus. Ich empfehle euch die schwarzen Glasblöcke. Die können wir einmal auf der Vorderseite hier platzieren. Dann wollen wir natürlich noch unsere Sirene einmal basteln. Dafür nehmen wir eine schwarze Stufe in der Mitte und Laternen an der Seite. Welche Farbe die Laternen hat, könnt ihr euch natürlich aussuchen, die blauen oder die roten. Denn wollen wir auch noch unseren Wassertank so machen, dass wir natürlich oben auch noch ein Sprühgerät haben. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Zaun und Zauntor. Wir können auch noch an der Seite des Wassertanks noch Schilder platzieren. Wer möchte, kann da gerne den Namen seiner Stadt oder auch von seiner Feuerwehrwache einfach draufschreiben. Das machen wir natürlich gleich auf beiden Seiten. Auf der Rückseite könnt ihr noch gerne einen Hebel platzieren. Der kann ja dazu sein, um unseren Wassertank zu befüllen, so einen Anschluss. Vielleicht noch eine kleine Leiter auf der Rückseite und dann nehme ich mir nochmal etwas anderes Zauntor, um hinten den Auspuff darzustellen. Um unser Fahrzeug abzuschließen, holen wir uns noch ein bisschen roten Teppich raus. Den platze ich mir einmal auf der Motorhaube und nochmal auf unseren Glasblöcken. Wir können unser Fahrzeug natürlich auch noch mit ein paar Scheinwerfer versehen. Dafür nehme ich ein paar Gegenstandsrahmen und weißes Glas. Wer möchte, kann auch gerne ein paar Stolperdrahthaken auf der Vorderseite anbringen. Das machen wir auch wieder auf beiden Seiten. Und somit haben wir unser Einsatzfahrzeug jetzt fertig. Jetzt kann Feuerwehrmann Sam auch in unserer Stadt zum Einsatz fahren. Hat schon mal sein erstes Fahrzeug. Aber wenn du noch möchtest, kannst du natürlich noch gerne einen Feuerwehrmann dir einbauen. Dafür benutzen wir dann einfach noch ein bisschen hier unsere Technik in Minecraft. Zuerst setzen wir uns einen Dorfbewohner rein. Da kannst du natürlich aussuchen, wie der aussehen soll. Da musst du ihn ab und an halt wieder wegmachen. Aber ansonsten, zack, platzieren wir hier einfach einen Kolben über ihn. Sollte so um die einen Block natürlich Platz sein, dass wir da unseren Glasblock einmal platzieren können, nehmen wir uns dann irgendwie einen Signalblock, zack, und können das einmal zurecht schieben. Somit haben wir auch hier unseren Feuerwehrmann eingebaut in unser Fahrzeug, damit das auch betriebsfertig ist. Nun kannst du dir auch dein Fahrzeug überall in deiner Stadt platzieren, wo du meinst, wo es benötigt wird. Ich habe es jetzt erstmal noch vor meiner Feuerwehrwache stehen. Wer weiß, vielleicht fern sie ja auch gerade zu einem Einsatz. Ich bedanke mich dann natürlich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir jetzt viel Spaß noch beim Nachbauen und dann hören wir uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Von daher haut's rein und tschüss!